jo servus leute mein name ist mtc und willkommen mal wieder zu einem neuen real talk video auf meinem kanal so ich habe es ja schon die tage über oder gestern je nachdem wann das andere video hochgeladen wurde schon angesprochen und zwar das thema warum mir youtube kaum noch spaß macht und ich habe ja angekündigt dass ich da zu einem zweiten teil machen werde und das video hier ist der zweite teil wenn ihr das erste video dazu noch nicht gesehen habt dann schaut einfach mal in die endcard oder oben rechts in die infokarte da werde ich es euch verlinken und wenn ich es wieder vergesse schreibt mir gerne die kommentare oder guckt einfach mal selbst auf meinem kanal nachher ist ja nicht so schwierig so machen wir einfach mal da weiter wo ich gestern aufgehört habe der nächste punkt den ich jetzt ansprechen werde ich muss kurz mal gucken damit ich wieder auf dem aktuellsten stand bin meine community oder generell die community von einigen youtuber das ding ist viele youtuber und ich zähle mich bewusst dazu weil es schon seit monaten so ist oder generell schon seit jahren ich sage in den meisten videos oder ich erwähne in den meisten videos dass man mir auf twitter facebook und instagram folgen kann das mache ich nicht aus dem grund weil ich sage hey cool ich will mit meiner follower zahl irgendwo auf einer externen plattform angeben das liegt einfach daran dass auf youtube ist es so dass man nicht zu jeder kleinigkeit ein informationsvideo hochladen möchte gerade ich mit meinen vielen formaten empfinde es für teilweise dämlich wenn man für eine kleine information das vielleicht zwei drei sätze kostet ja dass man da ein extra video macht weil so eine person bin ich nicht das ding ist wenn ein youtube-kanal irgendwann probleme bekommt ja dass man ein strike bekommt oder vielleicht dass man drei strikes bekommt und dadurch aus dem verkehr gezogen wird und dass man in keinem netzwerk ist und auch keine möglichkeiten hat einen support anzuschreiben und das wieder zu klären oder geradezu biegen schwierig also wenn mein kanal eines tages drei strikes bekommt und ich habe noch nie in meinem leben ein strike bekommen muss ich wirklich dazu sagen weil ich versuche ordentlich zu bleiben ja und weil ich versuche regeln halt zu befolgen wenn es eines tages so sein wird dass ich aus youtube gesperrt werde und ich habe keine möglichkeit mehr diesen kanal zu retten da sind über 2500 abonnenten weg und ganz ehrlich wenn ich auf twitter sagen würde hey leute ich habe jetzt einen neuen kanal aufgemacht ja das würde keine sau mitbekommen so und ist es ganze diesen ganzen content den ich habe wieder aufzuholen ja das ist sehr sehr schwer ich versuche zwar in letzter zeit gerade alle videos mal wieder zu speichern ja und alle thumbnails zu speichern damit ich da ein bisschen abgesichert bin aber im großen und ganzen ist es halt wichtig dass man nach einem lieblings youtuber auf den sozialen netzwerken folgt einfach nur dass man informationstechnisch auf einem sicheren stand ist ja wenn ich jetzt sagt leute ich habe bock zu streamen dann habe ich keinen bock ein informationsvideo hochzuladen ja ich möchte dann einfach auf twitter sagen hey leute ich habe bock zu streamen ich weiß nicht jeder hat twitter aber die meisten haben twitter facebook und instagram ja und wenn man twitter nicht hat ja da hat man vielleicht instagram wenn man instagram nicht hat hat man vielleicht facebook ja und wenn man facebook nicht hat man vielleicht instagram ist es wissen was ich meine ja deswegen ist es für mich persönlich wichtig dass man den leuten halt einfach folgt und immer kurz dazu ich bin ja auf der playstation 3 halt immer noch aktiv zwar manchmal nur für youtube und nicht mehr so wegen dem gaming ja oder seit neuestem bin ich auch auf steam die links dazu sind natürlich in der video beschreibung ich halte auf ja moin wer kennt es nicht ich heiße auf steam mtc da kann man mich gerne auch hätten ja problem ist was ich da immer wieder mitbekommen habe gerade in der playstation 3 zeit dass die leute mich da geändert haben ich habe sie dann angenommen ja und am anfang haben sie so gesagt leute hey leute ja moin wer kennt es nicht hey mt hast du mal bock irgendwie cod zu spielen ich natürlich so ja klar kann man machen und als ich dann ein bisschen was gespielt habe dachten die leute so ja sie müssten mich einfach mal so anschreiben so mir nix dir nix und mir sagen hey mt du machst geile videos kannst du mich mal auf youtube grüßen ja in einem neuen video grüßen und es sind so sachen wo ich persönlich schade finde wenn man einer person nur auf sozialen netzwerken folgt wenn man mit der person vielleicht in kontakt treten will damit die person einen vielleicht erwähnt oder begrüßt oder sowas das ist in meinen augen halt schade wie gesagt folgt den leuten halt wirklich auch sozialen netzwerken weil ihr sie unterstützen wollt weil ihr informationstechnisch auf einem sicheren stand sein wollt weil weil die person vielleicht gern habt ja weil er sagt die person ist toll ich mag die person ja naja gut wollen wir uns nicht so lange auf diesem thema oder aufhalten an diesem thema auf diesem thema whatever der nächste punkt ist es ein sehr sehr weit verbreiteter punkt seit jahren gerade unter den kleinen youtuber oder vor allem bei kleinen youtuber dieses abo gegen abo thema es gibt tatsächlich immer noch leute die in sehr sehr vielen gruppen und auch auf youtube ja durch gewisse push streams abo gegen abo betreiben und abo gegen abo ist zum einen moralisch verwerflich weil es einfach bekloppt ist wenn man sich gegenseitig abonniert obwohl man die videos gar nicht schaut nur dass die abozahl höher ist du kannst mir diese abo zahlen nichts kaufen wichtig ist dass die leute mit deinen videos interagieren dass sie bock haben diese videos zu gucken weil sie bock haben dann kanal abonniert zu haben für content ja weil sie dich vor gerne verfolgen ja und nicht damit die zahl größer wird für mich ist es wichtiger eher mehr kommentare zu bekommen wie mehr abos und likes er weil die kommentare das ist etwas wo ich sagen kann hey wie kommt mein video an oder wie kommen meine formate an ja und so eine scheiß abo zahl oder so ist zwar geil so aber es ist halt zweitrangig ja und dieses abo gegen abo gelaber wie gesagt es ist moralisch verwerflich zudem ist es aufgrund von youtube ja oder von seite der youtube richtlinien oder von den neuen richtlinien die 2017 rausgekommen sind ist es sowieso verboten und kann zur sperrung des kanals führen was ich definitiv geil finde ja sollte es öfter geben die müssten generell alle abo gegen abo kann die lausen verkehrt ziehen weil abo gegen abo ist wie auf gut deutsch wenn man sich selbst befriedigt und sagt wo habe ich geil gemacht ja wenn man sich noch auf die schulter klopft das ist einfach in meinen augen geht nicht so was ja das ist wie ja folge mir ich folge dir diese ganzen diese ganzen schwanz vergleiche im internet mit diesen digitalen zahlen in meinen augen sind es deppen die das sowas machen ganz ehrlich das ist meine meinung mir anderer meinung seid ja dann ist euch leider auch nicht zu helfen nächster punkt youtube ist wie eine beziehung der eine gibt alles und der andere part verpisst sich immer mehr das ist zwar ein sehr sehr ja wie soll ich sagen kurioser part oder eine kuriose aussage aber es ist so wie ich es gesagt habe das ding ist gut okay ob es jetzt in tatsächlich in jeder beziehung so ist dass der eine alles gibt und die andere person sich immer mehr verpisst das ist sei mal so dahingestellt das ding ist was ich damit ansprechen will leute ich habe schon sehr sehr oft gesehen dass das youtuber sehr sehr gute youtuber wie klänkern jetzt beispielsweise es gibt so viele youtuber die wirklich sehr sehr guten content machen und auch sehr unterhaltsam sind aber auch sehr ernst ja einfach so ein mischmasch aus jedem punkt der so für mich persönlich dazu zählt dass man ein guter youtuber ist sage ich jetzt einfach mal und ich finde es teilweise schade wenn die leute wirklich aktiv content produzieren selber mal so jeden zweiten tag kommt es mir so vor als würden die leute gar kein interesse mehr haben ja wie gesagt die sobald man sich bemüht und sehr viele formate macht und sich für die community auch ein bisschen interessiert habe ich so das gefühl dass die leute sich so ein bisschen abwenden ja das ist eine sache das ist eine eigene meinung weil es auf meinem kanal so ist wenn ich jetzt ein paar tage lang keine videos hochlade bekomme ich komischerweise immer irgendwie ein paar abos dazu und sobald ich schon wieder videos mache verliere ich ein paar abos das ist ein phänomen was ich keiner so richtig erklären kann ja nächste punkt das sind des lebens ja das ist zwar ein ganz komischer titel für diese thematik jetzt aber ich werde es einfach mal erklären wissenswerte kanäle kommen nicht mehr gut an weil die menschheit teilweise verblödet es gibt sehr sehr viele kanäle auf youtube die ich mir teilweise schon angucke ja gerade wenn ich wissens hungrig bin wenn man das so sagen kann ich habe diese kanäle teilweise nicht abonniert weil mich nicht jedes thema interessiert aber im großen und ganzen schaue ich mir doch schon fast jedes video von diesen kanälen an ich könnte euch jetzt mindestens fünf sechs kanäle sagen von von leuten die ich mir sehr sehr gerne anguckt einfach weil sie total gute videos machen ich interessiere mich für biologische aspekte ich interessiere mich für astronomie also für das weltall ich interessiere mich für generell was früher passiert ist was vielleicht auf uns zukommen könnte ja diese futuristischen ansichten ja oder futuristischen aspekte ich interessiere mich für physik chemie das sind alles so videos auf youtube diese ganzen wissensdokus das sind alles videos für mich die ich mir sehr sehr gerne anschaue und tatsächlich gibt es gerade in der jüngeren generation ich sage es einfach mal so vom alter von 13 bis 23 gibt es tatsächlich meiner meinung nach sehr sehr wenige leute die sich dafür interessieren weil die meisten zu sagen nee das ist nicht lustig ja das ist eine dumme dokumentation über irgendwelche planeten die es ähnlich gibt oder so ja gucke ich mir nicht an weil es doof ist ja die gucken sich schon lieber irgendwelche fake pranks an ja wo sich dann zwei youtuber gegenseitig absprechen und dann irgendwie ein fake prank veranstalten ja weil es ja lustig und unterhaltsam ist das ist eine sache die man nicht ändern kann die leute verblöden nun mal das ist das was ich im letzten video gesagt habe also in dem ersten teil von diesem video hier die leute sind sensationsgeil die wollen halt eine sensation sehen ja was kommt besser an eine dokumentation über irgendeinen planeten der eventuell existieren könnte oder ein video von einer echtaufnahme dass ein komet auf die erde stürzt natürlich das video mit dem komet weil die leute sensationsgeil sind die wollen etwas sehen deswegen haben die ganzen videos diese ganzen englischsprachigen videos von wegen geist auf der kamera festgehalten oder an auf der kamera aufgezeichnet was auch immer wie die heißen ja deswegen haben diese videos auch so unglaublich viele aufrufe und aufmerksamkeit weil die leute einfach sensationsgeil sind ja die wollen immer irgendwie was sehen was total aus der reihe tanzt ja das ist halt für mich persönlich das ist genauso wie mein kanal da spreche ich meinen kanal auch ein bisschen an ich mache zwar keine wissens videos ja von wegen videos über physik oder chemie oder was auch immer aber ich finde trotzdem dass es wichtig ist dass man sich ein bisschen kritisch mit der menschheit befasst nicht beschafft befasst weil es wichtig ist man lebt hier man muss sich hier auskennen ja und deswegen finde ich es auch teilweise schade genauso wie mit dem thema schule ich finde es teilweise schade ich bin zwar nicht mehr so lange in der schule oder ich bin lange nicht mehr in der schule gewesen so rum aber was ich so mitbekomme die leute werden teilweise nicht aufgeklärt über steuern oder so ja gerade kleine youtuber sagen so ja geil irgendwann werde ich ein großer youtuber verdient da einen haufen geld mit mit youtube und dann kaufe ich mir eine villa wie die bibi oder so oder wie was weiß ich wie sie alle heißt dann die großen youtuber so funktioniert das nicht wir leben in einem staat wo man steuern bezahlen muss ja und gerade als youtuber wenn man da sich privat oder privat sage ich schon wenn man sich gewerblich da irgendwie mit etwas beschäftigt ja es ist halt wichtig dass man sich mit solchen sachen auseinandersetzt ja und gerade in schulen wird es teilweise nicht unterrichtet ja aber es gibt aber sehr viele interessante kanäle die sich damit befassen und es sind meist kanäle die nicht geguckt werden weil die leute haben kein interesse daran was ich sehr sehr schade finde es ist halt meine eigene meinung und meine eigene ansicht ja nächster punkt und vorletzter punkt für heute was habe ich mir da aufgeschrieben mein content macht mir spaß keine frage doch gibt es noch andere da draußen mit ähnlichem content die meisten reden über fake briefs und nennen es real talk das ding ist es gibt sehr viele kanäle da draußen sehr viele meinungsblogger ja angefangen von kuchen tv oder damals julians blog wenn man das als meinungsblog bezeichnen kann oder die ganzen kleineren meinungsblogger oder die die im letzten jahr gerade sehr bekannt wurden wie jf not kennedy und wie sie alle heißen ich kann gar nicht alle weil ich mir die meisten nur teilweise anschaue ja aber ich frage mich halt tatsächlich das sind meist leute also bei kuchen tv ist es eine ausnahme weil er sich tatsächlich auch auf seinem zweiten kanal sehr intensiv mit gesellschaftskritischen themen auseinandersetzt die jeden betreffen könnten ja wie beispielsweise ja ist eine fernbeziehung denn wirklich gut oder wie ist es im internet wenn man aufmerksamkeit hat gibt es negative aspekte dazu und hin und her und trotzdem gibt es viel zu wenige kanäle die sich damit befassen es gibt zwar kanäle wie ultralativ und klänkern ja das sind alles kanäle die sich halt ausschließlich mit youtube befassen ich mein versteht mich jetzt nicht falsch der kanal ultralativ ist meiner meinung nach der beste kanal seit jahren ja den ich kennengelernt habe oder den ich abonnieren durfte sage ich jetzt einfach mal einfach weil das gesamtpaket stimmt ja aber das sind tatsächlich leute die sich überwiegend mit youtube beschäftigen oder jetzt mit medienkritischen themen ja und ich fände es ultra geil wenn ultralativ gesellschaftskritische themen macht jetzt nicht nur über youtube oder über stars oder sowas sondern auch mal themen die in der gesellschaft so kontrovers sind ja wie sexualitäten oder was weiß ich beziehungstechnisch irgendwas oder falsche freunde oder vielleicht im berufsalltag oder im schulischen alltag ich fände es halt toll aber die machen sowas nicht ja weil das vielleicht nicht ihr themengebiet ist was auch total okay ist so und deswegen ist es auch wichtig dass es kanäle gibt die sich damit beschäftigen ja ich finde es umso geiler wenn kanäle sich tatsächlich mit diesen themen wie soll ich sagen beschäftigen befassen sich damit auseinandersetzen ja da habe ich jetzt ein bisschen gestottert mensch 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 sowas passiert mir nicht oft es ist halt wie soll ich sagen es ist teilweise schade ehrlich im großen und ganzen wollen die leute immer wieder irgendwas tolles außergewöhnliches heftiges sehen ja das leben ist kein film ein film hat ein skript ja im film ist es tatsächlich so als kleines beispiel im film ist es so person 1 ruft person 2 an ja person 1 ist ein feind und person 2 ist der gute ja also person 1 ist der bösewicht person 2 ist der gute im film so der feind ruft den guten an und sagt irgendwie ja komm lass uns treffen ich werde dich umbringen das ganze kommt episch rüber so und der gute sagt okay beide treffen sich und der gute kann den bösewicht fertig machen so im echten leben ist es nicht so ja wenn sie im echten leben eine schlägerei gibt dann gibt es da keine epischen momente diese epischen momente in einem kampf finden meist im ring statt ja und das ist ein sport es gibt selten momente wo alles durch strukturiert ist und geplant ist ja und wenn da wisst was ich meine und so ist es auch auf youtube ich finde es halt schade dass auf youtube immer nur die videos ankommen die von oben nach unten durch strukturiert sind ich persönlich würde es sehr sehr begrüßen wenn ich noch mehr kanäle finde die ein bisschen so sind wie ich haben die sich einfach gesellschaftskritisch mit sachen auseinandersetzen die sagen hey beispielsweise ja wie ist es eigentlich warum werden ja übergewichtigere menschen warum werden die in der gesellschaft gehasst oder warum bewertet man diese abstoßend als beispiel jetzt ja und da finde ich es gut dass man sich mit solchen kritischen themen auseinandersetzt weil das tatsächlich punkte sind die uns befassen oder die uns betreffen nicht heute nicht gestern nicht morgen sondern generell in der kompletten vergangenheit ja es gab schon immer leute die sich mit solchen sachen irgendwie nur im kopf befasst haben ja und da gibt es wie soll ich sagen da ist es doch besser wenn es leute gibt die sich da auch öffentlich drüber aus kotzen ja wie ich zum beispiel soll es nicht sagen heißen dass ich da irgendwie einer der besten bin oder generell ich fände es einfach geil wenn es mehr kanäle gibt die sich offen und ehrlich mit diesen themen beschäftigen ja sonst habe ich wieder lange genug gequatscht über ein thema aber so ist es nur bei den real talks der letzte punkt für heute und vorerst für dieses format in anführungszeichen es gehört ja trotzdem zu den real talks ist der punkt da du machst gute videos empty lass uns doch mal zusammen was machen diese kooperation gerade in der welt der kleinen youtuber ist mir sehr oft aufgefallen also max und maggie in der kanal von max und maggie die beiden haben einen real talk dazu gemacht von wegen wir müssen mal reden da haben sie angesprochen dass es sehr sehr viele schwarze schafe gibt in ihrer community die sie tatsächlich nur schauen damit sie halt kooperation starten können und hintenrum sind die dann so und dass sie dann sagen okay ja weißt du was dein content ist mir total latte ich will einfach nur mit ihr zusammen kooperation machen damit ich ein paar abos abgreifen kann und es ist eine sache auf youtube die ich total schade finde ja die leute sind nur noch darauf aus ja ich will nur kooperation machen mit leuten die halt größer sind als ich damit ich halt abos dazu bekommen und es ist etwas was ich schade finde ja richtig schade ja es ist im prinzip scheiße wenn man jemanden ausnutzt das ist wie wenn ich jetzt zu einem kumpel geht er auch youtube macht und ich sage zu ihm ja komm ich will dich mal besuchen damit ich mit der zeit verbringen kann dann gehe ich dahin und will nur dahin gehen damit ich mit seinem rote mike als beispiel jetzt eine set story vertonen kann als beispiel und sowas ist halt schade und auf youtube gerade bei den kleineren youtuber ist es mir in der letzten zeit sehr aufgefallen dass die leute falsch sind die menschheit ist generell falsch du wirst niemals menschen sehen die noch nie fehler begangen haben im leben auch ich habe fehler gemacht auch du wirst fehler gemacht haben oder ihr es ist einfach so immer es ist immer so dass man irgendwann einen fehler macht manchmal bereut man diesen fehler manchmal auch nicht manchmal ist es gut wenn man ihn bereut und manchmal ist es auch besser wenn man diese fehler nicht bereut weil man halt täglich wächst ja an gewissen situationen momente und momenten und entscheidungen haben das war mein letzter punkt für heute wenn ihr dieses video seht hoffe ich doch dass es nicht irgendwann ende märz sein wird sondern jetzt anfang märz weil ich habe noch extrem viel zu tun aber das ist eine andere sache weil ich nach osterreich gehe für eine woche aber das ist nicht sinn des themas oder thema des videos gut dann würde ich sagen wie ist eure meinung dazu habt ihr noch abschließend irgendwelche worte wie gesagt youtube ist ein geiles hobby ich kann es immer wieder nur betonen allerdings gibt es sehr sehr viele punkte die man ansprechen muss gerade in der youtube landschaft in der youtube com unity oder generell in den eigenen kreisen was zuschauer betrifft oder was formate betrifft oder generell wenn man das ganze gesellschaftskritisch sieht gerade mit diesen ganzen trends und sowas derzeit beliebt ist ja es gibt immer wieder punkte die man kritisieren kann auch wenn man etwas geil findet auch in einer perfekten beziehung kann man sagen hey dieser und dieser punkt gefällt mir nicht an dieser beziehung und das ändert nichts an der beziehung wenn die negativen punkte irgendwann überwiegen oder keine ahnung mächtiger sind als die positiven da wird es halt kritisch aber solange das nicht ist kann in meinem fall was youtube betrifft ist alles okay gut dann würde ich sagen dann beende ich dieses video so langsam ja wie gesagt eure meinung ist sehr sehr gerne gesehen ich würde mich für eure meinung interessieren lasst im video gerne eine positive oder negative bewertung da würde mich mal interessieren wie ihr das ganze empfindet schaut auf twitter instagram facebook vorbei edit mich auf steam edit mich auf der playstation alle links sind natürlich in der video beschreibung ich danke euch fürs zusehen fürs zuschauen fürs zuhören was auch immer wenn ihr bis dahin dran geblieben seid schreibt man die kommentare hashtag bis zum ende dann weiß ich bescheid dass ihr bis zum dran ende dran geblieben seid ja empty so langsam mache ich viele sprachfehler aber nur wenn man die zeit davon rennt holy crap dafür die sagen ich bin erstmal raus macht sich gut macht's besser haut da rein bis dann und tschau